Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1484 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Es muss genauso gemacht werden, wie es im Handbuch beschrieben ist. Man kann nicht einfach die Regeln ändern. Es muss genauso gemacht werden, wie es im Handbuch beschrieben ist. Man kann nicht einfach die Regeln ändern. Es muss genauso gemacht werden, wie es im Handbuch beschrieben ist. Man kann nicht einfach die Regeln ändern. Die Dusche ist ziemlich eng, aber wir haben Platz für eine Waschmaschine. Die Dusche ist ziemlich eng, aber wir haben Platz für eine Waschmaschine. Die Dusche ist ziemlich eng, aber wir haben Platz für eine Waschmaschine. Wenn du mich so behandelst, will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Wenn du mich so behandelst, will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Wenn du mich so behandelst, will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Morgen gehen wir in den Zoo. Ich warte schon zwei Stunden. Hilfst du mir mit dem Geschirr? Nimm dazu ein sauberes Geschirrtuch aus dem Schrank. Hilfst du mir mit dem Geschirr? Nimm dazu ein sauberes Geschirrtuch aus dem Schrank. Hilfst du mir mit dem Geschirr? Nimm dazu ein sauberes Geschirrtuch aus dem Schrank. Wir haben vereinbart, es niemandem zu sagen. Wir haben vereinbart, es niemandem zu sagen. Wir haben vereinbart, es niemandem zu sagen. Das Singen klappt noch nicht so richtig. So früh am Morgen ist noch niemand am Strand. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Was macht Paul jetzt? Ich habe keine Ahnung, ob ich ihm noch trauen kann. Ich habe keine Ahnung, ob ich ihm noch trauen kann. Stell dich mal vor die Wand. Stell dich mal vor die Wand. Das sieht gut aus. Da ich von zu Hause aus arbeite, habe ich mehr Zeit für meine Familie. Hast du Toilettenpapier gekauft? Wir haben nur noch eine Rolle. Hast du Toilettenpapier gekauft? Wir haben nur noch eine Rolle. Die Arbeit ist erledigt. Die Bezahlung erfolgte sofort in bar. Eine Tinktur ist ein flüssiger Extrakt aus Heilpflanzen oder aus tierischen Ausgangsstoffen. Je besser das Studio ausgestattet ist, desto besser klingen meine Songs. Auch heute habe ich wieder viel Geld für den Kauf von Kleidung ausgegeben. Auch heute habe ich wieder viel Geld für den Kauf von Kleidung ausgegeben. Ich habe Zahnschmerzen. Der linke Backenzahn tut weh. Ich habe Zahnschmerzen. Der linke Backenzahn tut weh. Ich habe Zahnschmerzen. Der linke Backenzahn tut weh. Die beiden Schüler interessieren sich nicht für den Unterricht. Auf dem Grundstück ist ausreichend Platz. Auf dem Grundstück ist ausreichend Platz. Eine zweite Garage können wir problemlos einplanen. Auf dem Grundstück ist ausreichend Platz. Eine zweite Garage können wir problemlos einplanen. Länger als das eigentliche Fotografieren dauert die Nachbearbeitung der Fotos am Computer. Länger als das eigentliche Fotografieren dauert die Nachbearbeitung der Fotos am Computer. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Auf dem Grundstück ist ausreichend. Das ist eine gute Frage im Atmoschmerzen. Auf die Frage Auf dem Grundstück. Auf dem Grundstück ist das Einig. In das Grundstück treffend auf der Produkteein, dass der Produkte steht.